Wow, ist das eine Katze? Mitten im Bruch? Das ist sicher keine gewöhnliche Katze. Das ist sicher keine 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 Katze. Frey, bleib bei mir. Verdammt! Oh, sie mag mich. Wunderbar. Einfach toll. Diese Katze war irgendwie anders, findest du nicht? Jetzt, wo du das sagst, ich meine, einen Hauch von Tantamagie gespürt zu haben. Ha, hängen sie irgendwie zusammen? Wo sie wohl hinlässt? Ja, ich weiß nicht, wo du das sagst, ich meine, einen Hauch von Tantamagie gespürt zu haben. Ja, ich weiß nicht, wo du das sagst, ich meine, einen Hauch von Tantamagie gespürt zu haben. Ich weiß nicht, wo du das sagst, ich meine, einen Hauch von Tantamagie gespürt zu haben. Ich weiß nicht, wo du das sagst, ich meine, einen Hauch von Tantamagie gespürt zu haben. Ich weiß nicht, wo du das sagst, ich meine, einen Hauch von Tantamagie gespürt zu haben.